Mann, oh Mann, das ist in dem Spiel echt crazy hier. Oh, äh, es ist da, das Baby ist, boah, ein Kind oder, äh, ein Mädchen? Ich glaube, Sie haben gesehen, das werden Junge, oder? Kenny, es ist leider nicht dein Sohn, aber... Oh, 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 oh. Normalerweise dreht man auch, wo man klopft, dann ein bisschen auf den Rücken, ne? So ganz leicht, so. So habe ich das gesehen im Filmen. Naja, so, die Nacht haben wir auf jeden Fall erst mal gut überstanden, dann hoffe ich dann mal, weil da oben sind wir erstmal safe. Ok das Rolltour scheint irgendwie zu klemmen deswegen ging es auch nicht runter oder so Was ist das? Ach so ok das Ja Clementine du warst auch mal so klein und putzig wenn du dich nicht mehr so Ach Kenny Ach so Was ist das? Du wirst doch jetzt nicht abhauen Ja Ja Äh Sie will uns verlassen? Aus welchem Grund jetzt kann ich euch jetzt leider nicht sagen so gut ist mein Englisch jetzt nicht Was ich das kann nun mal so zwischendurch aus meinem Bauchgefühl heraus wenn ich das hier so mit beobachte So ein bisschen handeln müssen also euch was sagen darüber so wie ich gerade mit kriege was Sache ist So Thought you'd be asleep by now You okay? I'm fine Okay Good Hell of a night though Temperature's droppin Low on food I think we gotta stay put for a while I think we gotta stay put for a while You know for Rebecca and the baby So I'm thinking as soon as it gets light Jane and I should go explore See if we can find some place to scavenge What? Jane left For good What? When? Just now Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it He's sour weil Jane jetzt weg ist Hey, keep it down Sorry Sorry Just Jane's gone Really? Luke? Of all the childish bullshit Childish? God damn it Kenny, you know what? Just Lay off No, you put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers Look, I made a mistake All right No, it's not all right Kenny's just trying to protect the group Well, coming down on me isn't helping Look, I'm sorry, okay? I fucked up But you know what, Jane? She made an offer And, Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else Fine, but this baby, he's what matters now, got it? So get your shit together Where's my baby? Is everything alright? Everything is fine Okay, that baby is on one moment of time to race Which ain't here We gotta push on We head north Get to Wellington That's our best shot There's a town across the river It might be safe there Or at least it might be a good stop on the way Kenny! I'm sorry Clem's got a point That could be a whole town full of supplies And not that far from here A whole lot better than here anyway Looks like that's our best bet We need to get on the road as soon as possible We leave at first light Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest A few days at the least We've got that baby formula That won't help the rest of us And what about shelter? We'll freeze out here All right That settles I'll be fine If there's a chance there's food We have to risk it Okay Fine If that's what you want Look We should all try to get some sleep It's been a long day Sorry Okay, Bex It's gonna be all right Ich glaub das haben wir erstmal so äh Die Situation ein bisschen entschärft würde ich mal sagen Oh jetzt hat's geschneit What zum Geier Okay, wie lang ist das her, dass wir jetzt unterwegs sind Okay, das Baby ist noch da Sind wir wohl am nächsten Tag los, ich weiß es nicht Also es ist ein ganz schöner Zeitsprung würde ich sagen irgendwie Also Boah, dass immer nach ganz schnell Schnee gefallen ist Gut, kann passieren Haben wir im Sauerland hier bei uns äh Ist das auch schon mal so vorgekommen Oder in den Staaten Wer dem, was guckt, weiß Bescheid Oh Ja, wir brauchen eine Unterkunft Und wir brauchen was zu essen Ich weiß nicht, wer das Wasser hat Ob das Wasser schon alles verbraucht ist Ist es so zwei großen Kanister da Äh I don't know Das ist sehr bemerkenswert Das ist sehr bemerkenswert Kenny's right We have to keep going Thank you, Clem I'm glad you see things my way Oh here, it's a place to sit Soll sie erst mal auf den Reifen setzen Rebecca, lass mich das Baby nehmen Oh, er ist okay Ich habe ihn Nein, du resten für einen Moment Ich will ihn Back auf, Kenny Sie hat gesagt, sie will nicht, dass du das Baby nehmen Don't be weird about it, okay I ain't being weird about it Yeah, you kinda have been You should listen to Luke It's Rebecca's decision I was just trying to help Hello What is this? Ach der, Humpelmeister Arvo? 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 Jane and I met him on the observation deck Before everyone else came You know this son of a bitch? Well, what do you want? He doesn't look like much I don't trust him Also, he might be mad at us Everybody keep your eyes open Hello You're Clementine What's going on here, friend? You got people with you? Where are they? You're not out here on your own, are you? Ach, guck an Also, nicht alleine, der Drecksack Du bist so hidden for safety But you, we know Jeffrey Clementine That one? Да Das ist sie Tja, guck, wir sind in Russe und das wurde nicht mal übersetzt also ich würde mal sagen dass diese übersetzerfirma die das halbwegs übersetzt haben haben dann fehler okay okay jetzt russisch oder all of you just put your guns down this will be fine Bitte, sag ihnen nicht, zu schießen! Ich, äh, ich... Harvard, was passiert hier? Was ist sie denn? Ich werde sie nicht besprechen. Ich werde sie nicht besprechen. Hast du ein Baby mit dir? Sie haben ein Kind. Guck mal, haben wir mit einem Edding auf der Glatzung gemacht. Ach, das haben sie sehr schön übersetzt. Ich zeige an, langsam außer Kontrolle zu geraten, das ist nicht schön. Äh, Kenny! 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 Clementine ruft doch, Kenny! Diese dummen... Es gibt... Mir fällt nichts mehr zu ein. Okay. Mal fortsetzen. Guck mal, was kommt. Ach ne, grausam. Ich bin jetzt auf den Stil und weg. Also geht's mit dem Lernstern. Snein zu schießen! Und wenn ich auf hier, ja. Wir laufen jetzt ein Spiel her. Und das war hier. Vielen Dank.